Ein herzlicher Gruß an Sie alle hier aus der Gnasiuskirche in Kaufbeuren. Ich stehe hier am Hochaltar und bei diesem wunderschönen Hochaltar ist hier ganz in der Mitte der Heilige Geist dargestellt. Ganz zentral hat hier der Künstler den Heiligen Geist positioniert. Und das Besondere bei dieser Darstellung hier ist, von diesem Heiligen Geist sieht man, strahlt es in alle Himmelsrechnungen, zu den Menschen, in die Welt hinein. Und genau das ist eine ganz wichtige Botschaft. Der Heilige Geist wirkt hinein in unsere Welt, er wirkt hinein in unser Leben. Auch heute. Ich bin zutiefst davon überzeugt, der Heilige Geist wirkt heute mit 100%. Wichtig ist, dass wir uns für diesen Geist Gottes öffnen. Und so lade ich Sie ein und lade Dich ein. Öffne Dich für Gott neu. Dann kann dieser Geist Gottes in Dir wirken. Und so wünsche ich Ihnen und wünsche Dir eine von diesem Geist Gottes erfüllte Zeit. Und so wünsche ich Ihnen und wünsche ich Ihnen und wünsche dir eine von dem Geist Gottes. Amen.